I am independent, I am dedicated, doing it my way, doing it my way, yes I am, I am in control, I am, watch me go, doing it my way, doing it my way, can you hear me say, yes I am. Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Heute zur immer wieder Mittwochs Wochen Challenge. Ich habe heute einen Kartensketch für euch und der sieht folgendermaßen aus. Eine A6 Klappkarte. In dem Fall habe ich die jetzt hier quer angelegt. Das ist immer für meinen Ausdruck einfacher, aber ihr könnt ja wechseln, tauschen, drehen, wie auch immer. Auch in Hochkant möglich. Und darauf habe ich hier an der Seite ein Element, sei es drum, ob es von euch in irgendeiner Technik gestaltet ist oder Designerpapier geprägt, was auch immer. Hier, das soll dieser Rahmen sein. Dann habe ich hier diese drei Blüten als Stempel oder Stanzteile verwendet, Platzhalter dafür und im oberen Bereich einen Text. Ob der Text jetzt sofort auf eure Karte gestempelt ist oder da nochmal eine Ausstanzung, auf die dann der Text gestempelt wurde, das bleibt auch euch überlassen. Ich habe eine Beispielkarte und da seht ihr schon, die ist nämlich jetzt hochkant. Die Karte habe nicht ich gemacht, die habe ich geschickt bekommen von der Anja Bastelküken. Und da habe ich hier also im linken Bereich diesen Streifen Designerpapier. Das Designerpapier aus dem Mini-Katalog. Die Produktreihe Sand und Meer hat sie verwendet. Und das hier ist, wie gesagt, das Designerpapier dazu. Sie hat dann auch hier noch die Muschelstempel benutzt. Also wir haben hier das Stück Designerpapier. Das wäre hier in dem Bereich. Dann sind hier die aufgestempelten Muscheln und Schneckenhäuser. Da hat sie sich tatsächlich auch an die Vorgaben im Papier gehalten. Also das ist Saharasand und Rauchblau und Wassermelone. Und die kleine Muschel hier vorne in Rauchblau ist mit Dimensionals aufgesetzt. Die anderen sind gestempelt und dann natürlich maskiert, damit man nicht über die jeweiligen Stempelabdrücke drüber stempelt. Also sie hat begonnen hier mit der roten Muschel, hat die dann mit einem Ausschnitt abgedeckt, hat darüber dann diese Sahara-Sandschnecke gestempelt, die dann auch abgedeckt und zum Schluss in grün dann diese Algen, Gräser, was auch immer. Wie gesagt, die Muschel hier ist mit Dimensionals aufgesetzt und den Text, den hat sie direkt auf die Karte gestempelt. Und aus der Karte habe ich dann also den Karten-Sketch gemacht, weil ich fand, die musste doch mal gezeigt werden. Ich finde die ausgesprochen schön. Die ist ja eigentlich sehr schlicht und einfach, aber die hat was. Die hat ihren Reiz wirklich sehr schön. Danke nochmal, Anja. Und hier habt ihr nochmal in groß den Sketch. Den könnt ihr euch auch als PDF-Datei herunterladen. In der Infobox findet ihr den Link zur Datei, sodass ihr dann auch nochmal das Ganze in klar und groß vor euch habt. Ja, ihr müsst die Karten bis Ende des Monats zu mir schicken. Dann seid ihr bei der Verlosung Anfang Mai dabei. Wenn die Karten später kommen, seid ihr halt in der nächsten Verlosung dabei. Da muss ich sonst noch was sagen. Genau. Karten zu mir schicken. Die Adresse findet ihr auch in der Infobox. Nur Karten, die tatsächlich richtig zum Anfassen bei mir landen, kommen in die Verlosung. Und nachdem die Monatsverlosung dann am ersten Mittwoch des Folgemonats stattgefunden hat, gehen alle Karten an einen guten Zweck. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch wieder. Genießt die Zeit. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. I am. Watch me go. Do it in my way. Do it in my way. Can you say? Yes, I am.